Die Natur hat sich so manche Raffinessen einfallen lassen, so auch die der Tarnung. Es kann ein Überlebensakt oder ein Strategieschauspiel sein. In diesem Fall ist es Meister Lampe, der sich meisterhaft vor seinen Feinden verstecken kann. Nimmt der Hase eine Gefahr wahr, legt er seine Ohren an Zaubt und duckt sich zusammen. Verharrt so lange in dieser Stellung, bis die Gefahr vorüber ist oder die Deckung wegen eines zu geringen Abstandes auffliegt. Dann heißt es aber flitzen, was das Zeug hält. Ein Haken links, ein Haken rechts, Stillstand. Das Spiel kann von neuem beginnen. Nebenbei ein Grashalm als Stärkung verdrückt. Nur bei den Hesenen gibt es kaum Deckung. Jeder will der Erste sein. Ein Erlebnis, das sich eingeprägt hat und so mancher Vergleich gezogen ist. Ein Angsthase. Der Erlebnis, das sich in der Hase befindet. 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 Vielen Dank.